Willkommen zu deinem Lernvideo 5 Fragen zur Betriebsvereinbarung. Ja, als erstes werden wir in diesem Lernvideo Grundlegendes klären, nämlich was eine Betriebsvereinbarung eigentlich ist, um dann zu schauen, wie man eine Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber abschließt. Unter drittens wollen wir dann ganz praktisch beleuchten, wie eine Betriebsvereinbarung aufgebaut ist, also was so alles drinstehen sollte. Ich erkläre dir als viertes dann den Unterschied zwischen Betriebsvereinbarung und Regelungsabrede. Ja, um schließlich abzurunden mit einer Übersicht, wann eine Betriebsvereinbarung rein freiwillig ist für den Arbeitgeber und wann man ihm eine Betriebsvereinbarung sogar aufzwingen kann. Jetzt aber viel Erfolg und Spaß mit deinem Lernvideo.